Ja, Moin und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Kotzi unterwegs und wir haben natürlich wieder ein Randomizer-Setup mit dabei. Das dritte Siegel, Nemesis, Blutgunst und zu guter Letzt noch Sackgasse. Das sind die vier Fähigkeiten, mit denen wir am Start sind und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß mit der Runde. So, Leute. Ich würde sagen, ab geht die Party. Direkt erstmal alles vollkotzen, was wir vollkotzen können. Ich fühle jetzt mal so, als ob ich den da nicht gesehen hätte. Und dann nochmal hier rum. Warum war das gerade so laggy? WTF? Oh ja, wenn er zieht, haben wir ihn, oder? Ja. Oh mein Gott! Er hätte da vorne auch einfach durchrennen können. Hat er nicht gemacht, der Ehrenboy. Nice. Erste Person ist down. Das ging, ähm... Ging eigentlich relativ schnell. Das war eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Er hat natürlich jetzt auch nicht so viele Ressourcen gewastet, aber... Ach, hier sind wir ja gestartet. Stimmt. Und dann bin ich da hingegangen. Okay, irgendwie sind wir nicht so weit gekommen. Ähm... Die Palette, die nehme ich nochmal schnell weg. Weil die kann uns, glaube ich, sonst... Oh, da ist schon jemand. Ja, guck mal, die ist doch schon angekotzt. Dann gehe ich kurz zurück. Boah, Alter. Imagine, sie tankt einfach nicht. Ich könnte den jetzt schon wieder komplett wegnudeln. Zieht die aber auch nicht. So, jetzt ist hier zu. Meine Liebe. Hat sie zum Glück nicht gewusst. Das heißt, die beiden schon mal eher nicht so pre-made, wa? Aber leider habe ich jetzt auch den ersten Generator natürlich schon verloren. Das ist nicht so cool. Und ich habe das dritte Siegel verloren. Nein! Ne, habe ich gar nicht. Ach. Das Ding ist nur zu. Okay. Oh. Oh, der rennt weiter. Noch ein Ace. Der Ace hin. Da. Crazy. Der ist aber schnell weg gewesen. Den da hinten haben wir im Blick. Wenn der kommt. Oder wenn der da irgendwas anderes macht. Oh, nice. Wenn die abhängt, gebe ich ihr eine volle Dröhnung. Nice. Oh mein Gott. Was macht er denn noch hier? Was ist jetzt los? Er will gönnen. Oh mein Gott. Das sind einfach Gönner, Leute. Das sind einfach Gönners. Okay. Was ist mit dir für verrückten Typen los? Junge, die haben Todessehnsucht. Okay, das ist glaube ich der Zeitpunkt, wo ich meinen Superkotz aktiviere. Superkotz, Superkotz. Oh ja, da wird sich schon gereinigt jetzt. Na, rennen sie schon? Ja, beide. Ich sammle sie schnell auf. Ich weiß, der andere ist auch leider hier eigentlich direkt in der Nähe. Aber hey. Ich kann ja so tun, als ob ich es nicht gesehen habe. Oh, er ist weitergewandt. Oh. Yo. Geil. Oh mein Gott, Alter. Superkotz value. Superkotz value. Und jetzt schnell wieder zurück, bevor die da helfen können. Dass ich da... Ja, da ist schon jemand. Superkotz ausgewichen. Oh mein Gott. Der Pro-Gamer. Nice. Okay. Hinten wurde auch gerettet. Ich gehe jetzt mal auf sie einfach. Weil hier neben mir rennt nur die eine, die ich eben schon mal hatte. Hallo. Hallo. Huchuuu. Kleinfehler gemacht. Direkt bestraft. Das schmeckt. Oha. Leute. Was ist denn hier mit Kotzi los? Da hinten. Da reinigt sich jemand. Das Schöne ist, die am Haken... ...reinigt er sich doch nicht? Nee. Lass sie kurz laufen. Oh! Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber irgendwie flutscht die Runde. So, der da hinten hat gerade verkackt. Dann gehen wir da schnell hin. In der Hoffnung, dass er den Generator nicht fertig machen kann. Oh, hallo. Ich lasse dich mal kurz laufen. Dritte Siegel ist weg, Freunde. Oh nein. Nicht das dritte Siegel. Und ich würde sagen, hiermit erleichtern wir uns die Jagd ein bisschen. Ah, der ist. Strong gemacht. Ja, stark gemacht. Aber leider nicht stark zu Ende gebracht. Da weiß er selber, wo die Reise jetzt hingehen wird. In den Keller, Leute. Uh. So, ab an den Haken mit ihnen. Den haben wir damit auch raus. Und jetzt sind die nur noch zu zweit. Beide sind infiziert. Uh. Schau mal, Leute, wer da angerannt kommt. Hallo. Müsst du doch eigentlich meinen Terrorradius gehört haben, oder? Ich meine, mit Superkotz schön entgegengegangen hier. Äh. Ich glaube, ich habe gar kein... Doch, jetzt habe ich Superkotz nicht mehr. Äh. Wir haben da aber direkt noch Superkotz. Das muss ich doch eigentlich nur eins und eins zusammenziehen. Die wird doch bestimmt mir gleich gönnen, oder? Ich meine, das ist ja fast... Ne, sie ist da fast. Okay. Oh, er rennt da rum. Schön, dass wir drüber gesprochen haben, mein Freund. Superkotz. Wieso kann er eigentlich immer Superkotz ausweichen, wenn ich direkt vor ihm bin? Ja, eine Frechheit. Oh mein Gott, dem kann er nicht ausweichen. Ha! Komm schon, Strike nochmal. Yes. War klar. Da habe ich schon drauf gewettet, auch. Hilft dir aber auch nicht, mein Freund. So, GG. Du Schlingel, bist dann wohl erstmal jetzt nochmal am Hä? Ne? Und damit ist er raus. Ne, ist er nicht. Er hat sich ja eben selber abgehangen. Stimmt, da war ja was. Sie hat es aber clever gemacht. Sie hat sich jetzt gereinigt. Das heißt, sie müsste... Oh, okay. Sie macht den Jennen fertig. Er kann sich jetzt halt nicht mehr selber befreien. Da ist sie, ja. Er haut ab. Dann hängen wir dich auf. Muss er hin? Da. Okay. Er ist nicht hier. Schon mal schön. Und jetzt ist hier zu, leider. GG. Okay, Haken, Leute. Ich hätte mir ja noch die Luke gegönnt für die zusätzlichen Punkte, ne? Aber... Eieieiei. Poxi, meine Damen und Herren. Beziehungsweise Ariel. Der Skin. Der hat mir Flügel verliehen. Ne, eigentlich flossen, aber... Es lief. Ist geflutscht. Sehr geil. Oh, da wären die Punkte noch gewesen. Naja, gut. Nice. Leute. GG. Ich musste ja eine neue Hausaufgabe eigentlich nehmen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, keine neue Hausaufgabe ausgewählt. Aber dafür hat die Runde funktioniert, Leute. Das ist doch alles, was man will. Ist auf jeden Fall gut gelaufen, würde ich sagen. Ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Ich muss sagen, der Skin von Poxi, auch mega nice. Ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich den noch gar nicht gesehen gehabt. Auch richtig cool. Und ja, was auch cool wäre, wenn ihr ein Like und einen Kommentar erlasst. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht ihr euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.